Batterielose N-Ocean-Funksensoren, Schalter und Steuerungen können in Gebäuden aller Art in wenigen Minuten installiert werden. Diese energieautarken Produkte erzeugen Strom aus verschiedenen Quellen, speichern ihn und ermöglichen den Betrieb rund um die Uhr. Kinetische Energie wird geerntet und der erzeugte Strom kann zum Beispiel Schalter für Licht oder andere Geräte mit Kraft versorgen, intelligente Griffe für Türen und Fenster mit Strom speisen, Keycard-Schalter mit Strom betreiben oder einen Panikalarm mit Energie versorgen. Energie, die von Tageslicht erzeugt wird, kann Sensoren für viele verschiedene Anwendungen betreiben, zum Beispiel für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessung, Umgebungslichtmessung, CO2-Messung, Umgebungsschallmeldung, Luftqualitätsmessung, Präsenzmeldung, Tür- und Fensterkontakte mit Statusmeldung, Sensoren und Alarmsysteme für Rauch, Feuer und Flüssigkeitsaustritt. Darüber hinaus kann thermische Energie von intelligenten Thermostaten geerntet werden und Magnetfeldenergie kann von CT-Schellen gewonnen werden, um den Energieverbrauch zu ermitteln. Das N-Ocean-Ecosystem umfasst mehr als 5000 interoperable Produkte von über 400 Herstellern weltweit. Die Sensoren und Schalter sind jahrzehntelang wartungsfrei und die Installationskosten können um bis zu 30 Prozent gesenkt werden. Weniger Energieverbrauch und CO2, dafür mehr Komfort und Sicherheit.